Also momentan ist Epic hier in der Laune viel Neues rein zu hauen, noch heute gibt es tatsächlich wieder was Neues, wir gehen direkt mal auf den Shop drauf und schauen uns den mal an. Und ganz oben sieht man sind die Deadpool Mashup Sachen nochmal zurück, wir sehen jetzt so knapp einen Monat lang nicht hier gewesen. Also hier nochmal ein paar Mabel Sachen am Start, das Ausrüstungspaket mit diesem Gleiter, Hackel und dann gibt es noch Flatt unterwegs, was echt cool aussieht. Und dieses Chimichanga Mode noch, da drunter Deadpool Mashups, auf jeden Fall hier nochmal diese Skins dann. Okay, Blades auch nochmal zurück, auch der knapp so einen Monat nicht hier gewesen. Und dann gibt es hier drunter die Tementil Sachen, sind alle gleich geblieben, hat sich also nichts verändert. Und da sind noch die ganzen Football Sachen, auch die sind noch gleich geblieben. Der Weekend ebenfalls, ja das Drachen scheinbar auch noch komplett gleich geblieben. Und das haben wir hier sonst noch, die beliebende Luft Royale Flasch Paket, ich glaube das kam jetzt nochmal zurück. Und so wie ich weiß war das jetzt auch circa ein Jahr lang nicht hier. Herz-Dame-Skin, Herz-Kollen-Hackel, Küsschen-Mode und Ware-Liebe-Mode. Sehr cool, Ware-Liebe-Mode ist nach 81 Tagen zurück, Küsschen war 326 Tage nicht hier. Okay, da drunter Kuschel-König-Skin, auch der war circa ein Jahr lang nicht da, Herzchen daneben. Auch echt ein nicer Skin, auch die knappen Jahr lang nicht hier gewesen. Herz-Schlag-Hackel und Verliebt-Lackierung, auch die beiden fast ein Jahr nicht hier. Und da drunter machen wir direkt weiter, Test-Paket nochmal am Start. Die ist jetzt auch hier in diesem, ich sag mal Valentinstag-Look. Okay, interessant. Auch mit passend Hackel, Gleiter und natürlich Lackierung. War jetzt ebenfalls knapp ein Jahr lang nicht hier. Okay, Original im Rampenlicht, Schrittwechsel-Mode, Breakdance, alles noch gleich geblieben. Das kam ja gestern rein, das Paket. Und da sieht man schon eine Sensemann-Show, neues Emote. Okay, gucken wir direkt mal rein, Ikone-Mode. Lied klingt auf jeden Fall cool. Ich kann es auch nicht so lange abspielen, glaube ich. Also ich weiß nicht, ob das irgendein bekanntes Lied ist, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Aber das ist ja auch wieder mal ein cooles Emote. Vor allem auch hier mit dieser, ich sag mal, irgendwie ein bisschen Zuckerstangen-Optik-Sense hier. Interessant gemacht. Cooles neues Ikone-Mode. Nice. Für 300 eigentlich so ein okayer Preis. Ja, Schneefuß daneben. Ja, altbekanntes Paket, muss man gar nicht viel zu sagen. War jetzt knapp Monat nicht hier. Ich glaube, da ist ein neues Stil am Start. Camo-Verbander. Okay, interessant. Ah, ich glaube, hier ist sonst alles gleich geblieben. Ja, es sieht dann noch aus. Ich glaube, dann war es das schon zum Shop. Das zeige ich jetzt auch nochmal zurück nach so zwei, drei Wochen. Nichts Besonderes. Wegbereiter Bereich sieht jetzt auch, ehrlich gesagt, relativ gleich aus und langweilig auch. Demnach würde ich sogar sagen, war es das schon. Ist filigran neu. Das weiß ich gerade gar nicht. Habe ich, glaube ich, gar nicht gesehen. Oder immer übersehen. Aber das sieht irgendwie ein bisschen neu aus. Naja, aber im Grunde war es das zum Shop heute halt neues und Mod am Starten. Sehr, sehr viele seltene Valentinstag-Sachen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video.